Hallo und herzlich willkommen bei Krimi Puzzle zu einem neuen Video. Im heutigen Beitrag stelle ich euch einen relativ unbekannten Fall vor. Zumindest hat dieser Fall im deutschsprachigen Raum noch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Es geht heute um den früheren Basketballspieler Rico Harris. Er hatte eine tolle Karriere vor sich und einige räumten ihm sogar Chancen ein, mal in der NBA, der nordamerikanischen Profiliga, spielen zu können. Er hatte leider aber auch einige Probleme in seinem Leben. Rico war zu Besuch bei seiner Familie in Kalifornien und wollte anschließend wieder zurückfahren nach Seattle in Washington State, wo er nun wohnte, zusammen mit seiner Freundin Jennifer. Aber er kam niemals in Seattle an. Was ist passiert auf der Fahrt? Wieso ist er verschwunden? Darum geht es in diesem Video heute. Seid gespannt. Zunächst wieder einmal ein paar Informationen zur vermissten Person. Es geht um Rico Omar Harris. Er wurde am 19.05. 1977 in Los Angeles, Kalifornien geboren. Er war, hatte ich ja schon erwähnt, ein früherer Profibasketballspieler. Über seine Karriere werde ich gleich noch mehr erzählen. Er war bei seinem Verschwinden 6'9", also 2,6 Meter groß und wog 300 Pfund, 136 Kilo. Neben dem Basketballplatz wurde er als eher schüchtern beschrieben. Rico war das Älteste von vier Kindern. Sein Vater war bereits ein Sportstar auf der Idaho State University. Seine Mutter bekam ihn sehr, sehr jung, schon mit 17 Jahren. Sie stammte aus Puerto Rico. Es gab aber auch Probleme in der Familie. Sein Vater wurde berichtet, war angeblich gewalttätig, auch gegenüber den Kindern. Deswegen verließ seine Mutter auch den Vater und zog mit den Kindern nach Alhambra in Kalifornien. Rico hielt die Familie zusammen. Seine Mutter arbeitete Vollzeit, um die Familie über Wasser halten zu können. Also passte Rico auf seine Geschwister auf. Seine Mutter sagte über Rico, dass er einfach geboren dazu war, Basketball zu spielen. Er wollte aber kurzzeitig auch Schauspieler werden, kehrte aber schnell wieder zurück zum Sport. Anschließend werde ich ein bisschen seine Basketballkarriere zusammenfassen und wie es generell mit ihm weitergegangen ist. Rico war bereits ein Star auf seiner High School, auf der Southern California High School. Er ging später aufs College, auf das Los Angeles City College und verhalf dem Team den ersten Titelgewinn im Jahr 1997. Nach dem College spielte er zunächst in einer semi-professionellen Basketball-Liga. Und anschließend schloss er sich den Harlem Globetrotters an, einer legendären Show-Basketball-Truppe, die um die Welt reist und in großen Hallen auftritt und sich großer Beliebtheit erfreut. Vielleicht waren die ja auch schon bei euch in der Stadt unterwegs. Aber wieso endete er bei einer Show-Basketball-Truppe und spielte nicht in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA? Auf dem College wurde er als Top-Prospect gesehen, also als einer der aussichtsreichsten jungen Spieler des Landes, der NBA darum lebte. Er hatte auch viele Angebote von vielen guten Colleges und Scouts der NBA waren bei seinen Spielen vor Ort. Aber es wurde nichts aus seinem Traum. Er hatte akademische Probleme, er brachte nicht die relevanten schulischen Leistungen mit. Er ging anschließend zum Cal State Northridge, dem California State University Basketball-Programm. Obwohl er, wie schon erwähnt, bessere Angebote hatte, vielleicht sogar aus der NBA. Er hat dafür viel Kritik bekommen, dass er damals seine Karriere wegschmeißen würde. Es wurde berichtet, dass er wohl anscheinend in der Nähe seiner Familie bleiben wollte. Aber dort wurde er zweimal suspendiert, wegen Verletzungen der Teamregeln. Er wurde unter anderem angeklagt, mit zwei Teamkollegen sexuelle Belästigungen bzw. sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Frau durchgeführt zu haben. Außerdem hatte er Alkoholprobleme. Deswegen musste er das Team verlassen. Anschließend schloss er sich, wie schon erwähnt, den Harlem Globetrotters an. Aber auch hier blieb er nur einen Monat. An einem Tag war er im Süden von Los Angeles unterwegs mit seinem Auto. Es kam zu einem Streit. Als er ausstieg, um den Streit zu klären, bekam er einen Schlag auf den Hinterkopf mit einem Baseballschläger. Anschließend hatte er immer wieder starke Kopfschmerzen und Gleichgewichtsprobleme. Aus diesem Grund musste er auch seine Karriere beenden, mit nur 24 Jahren. Harris zog anschließend wieder zurück zu seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Alhambra in Kalifornien. Das Alkoholproblem, das er bereits zu seiner College-Zeit mit sich getragen hatte, wurde wieder stärker. Während dem College und dem Sport hatte er es noch einigermaßen unter Kontrolle. Aber jetzt, ohne Jobaussichten und Pläne neben dem Basketball, fiel er wieder voll zurück in die Alkoholsucht. Dazu kamen leider auch noch härtere Drogen, wie Heroin und Crack. Auch seine Geschwister hatten Probleme mit Drogen. Rico versuchte immer wieder, davon wegzukommen. Aber er schaffte es nur kurzzeitig und erlitt immer wieder Rückfälle. In der nächsten Zeit wurde er häufiger festgenommen. Über 100 Mal. Meistens wegen öffentlichem Alkohol- und Drogenkonsum, aber auch wegen anderer Delikte. Er saß häufiger mal ein paar Tage im Gefängnis, kam dann wieder raus und dann ging die Geschichte mit den Drogen wieder von vorne los. Er bettelte auch manchmal in den Straßen, um seine Sucht finanzieren zu können. Viele Versuche, Rico zu helfen, scheiterten. Erst im Jahr 2007, kurz nach seinem 30. Geburtstag, fing er an, etwas an seinem Leben zu verändern. Er hatte eine Überdosis erlitten und war in einem kritischen Zustand. Und erst dann änderte er etwas in seinem Leben. Er ging in eine Entzugsklinik im Zentrum von Los Angeles. Auch dort dauerte es eine Zeit, bis man ihm helfen konnte. Aber diesmal absolvierte er das Programm EISERN. Und er verließ es und schien geheilt. Er zog anschließend zusammen mit einem anderen Teilnehmer des Programms und arbeitete bei einem Sicherheitsdienst in einem Vorort von Los Angeles. Sein Leben schien sich zu bessern. Auf einer Party lernte er dann seine spätere Freundin Jennifer kennen. Sie war zu Besuch aus Seattle in Washington State und arbeitete dort als Versicherungsmaklerin. Sie begann sich zu daten. Und ab dem Jahr 2012 verbrachten sie häufiger Wochenenden zusammen in anderen Städten. Ich vermute mal irgendwo in der Mitte, weil die Distanz zwischen Seattle und Alhambra ist sehr, sehr groß. Und jetzt springen wir schon in das Jahr 2014, genauer gesagt in den September 2014, kurz vor Ricos Verschwinden. Jennifer und Rico hatten Hochzeitspläne und sprachen auch schon über Namen für eventuelle Kinder. Harris und sein Mitbewohner streiteten sich wegen der neuen Beziehung mit Jennifer. Daran zerbrach auch ihre Freundschaft. Rico verließ anschließend das gemeinsame Apartment und hinterließ seinen Freund mit unbezahlten Rechnungen. Anschließend zog Rico nach Seattle zu seiner Freundin Jennifer, um sich dort langfristig etwas mit ihr aufzubauen. Das Zusammenziehen von Rico und Jennifer brachte zunächst ein bisschen Streit mit sich, was aber glaube ich ganz normal ist, wenn man sich erst einmal an einen gemeinsamen Alltag und einem gemeinsamen Haushalt gewöhnen muss. Harris war aber zuverlässig und kümmerte sich um sein zukünftiges Leben. Er meldete seinen Führerschein von Kalifornien nach Washington um und bemühte sich auch um Arbeit vor Ort. Er hatte Erfolg und bekam ein Jobinterview als Immobilienschätzer. Das wäre ein Traum für ihn gewesen, diesen Job zu bekommen. Endlich eine höherwertige Arbeit nach der Basketballkarriere. Anschließend gehe ich nun auf die Chronologie des Verschwindens von Rico Harris ein. Wir sprechen nun über den 8.10.2014, zwei Tage vor seinem Verschwinden. Er wollte noch einmal zu seiner Familie in Kalifornien fahren und vor allem mit seiner Mutter und seinem Bruder sprechen. Seine Freundin Jennifer sagte hinterher, sie glaubt, er wollte noch etwas mit ihnen klären, beispielsweise Themen aus der Kindheit besprechen. Und seine Familie darf davon überzeugen, dass die Beziehungen mit Jennifer und der Umzug der richtige Schritt gewesen sind. Er fuhr also am 8.10.2014 los Richtung Kalifornien. Am nächsten Tag, am 9.10. kam er bei seiner Familie in Alhambra an. Es war allerdings nur ein kurzer Besuch. Er ging mit seinem Bruder etwas essen und schenkte ihm ein neues Handy. Danach sprach er zu Hause mit seiner Mutter alleine. Die Mutter sagte hinterher, dass Rico nicht das aus dem Gespräch bekam, was er wollte, beziehungsweise nicht das Ergebnis erlangte. Eventuelle Zustimmung der Mutter über den Umzug oder die Hochzeitspläne oder vielleicht auch Themen aus der Kindheit. Kurz nach Mitternacht wollte er dann gehen. Er packte noch ein paar persönliche Gegenstände ein und ging dann zurück zu seinem Auto und fuhr los. Es ist nun kurz nach Mitternacht, also haben wir schon den 10.10.2014. Am nächsten Tag, den 11.10. hatte er das Vorstellungsgespräch für den Job, den er so sehr wollte. Alhambra und Seattle trennen aber eine riesige Distanz, über 1100 Meilen, 1700 Kilometer. Eine riesige Strecke. Und er hatte seit seiner Abfahrt in Seattle nach Kalifornien nicht geschlafen und hatte noch diese Wahnsinnsstrecke wieder zurück vor sich. Er verließ anschließend Alhambra auf die Interstate 5 Richtung Norden und telefonierte auf der Fahrt noch mit seiner Mutter und erklärte ihr nochmal, wieso er so abrupt gegangen ist. Er sagte ihr wegen einem Jobinterview, dass es wichtig ist, dass er noch rechtzeitig zu Hause ist. Er hatte anschließend auch noch ein Gespräch mit seiner Freundin Jennifer, das drei bis vier Stunden ging. Sie sagte, dass er sich ein Motel auf dem Weg nehmen sollte und etwas schlafen muss. Er war ja schon so lange wach gewesen. Er stoppte anschließend in Lodi, ca. 64 Kilometer südlich von Sacramento, um zu tanken. Um 10.45 Uhr an diesem Morgen, am 10.10 Uhr, ruft er noch einmal bei Jennifer an, nördlich von Sacramento. Sie ging nicht dran, also hinterließ er eine Nachricht. Er sagte, er geht in die Berge, um sich zu erholen. Er hatte ja keinen Schlaf, seitdem er Seattle in Richtung Kalifornien verlassen hatte. Um 11.15 Uhr an diesem Tag, am Morgen, schaltete er das Telefon aus. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Seitdem konnte man ihn nicht mehr über sein Telefon erreichen. Er ist nun verschwunden. Jennifer rief anschließend Ricos Mutter an, als sie nichts mehr von ihm hörte und er auch nicht nach Seattle zurückkam. Er war aber schon einmal verschwunden für längere Zeit, also warteten sie noch ein bisschen ab und gaben ihm etwas Zeit für sich. Als es am 14.10. immer noch kein Zeichen von Rico gab und das Vorstellungsgespräch auch längst verpasst worden ist, meldeten sie ihn vermisst in Alhambra. Am gleichen Nachmittag war ein Hilfschef aus Yolo County unterwegs. Er patrouillierte die California State Route 16 entlang des Cache Creek, nördlich von Ramsey. Er sah einen schwarzen Nissan Maxima in einer Parkbucht stehen. Und zwar sah er dieses Fahrzeug bereits den zweiten Tag in Folge. Das kam ihm komisch vor. Er sah in das Auto hinein und sah nichts Besonderes. Er sah nur ein paar CDs herumpflegen, Kreditkarten und zerrissenes Papier. Er erkundigte sich, ob es irgendwas mit dem Auto auf sich hat. Das Auto war aber nicht als gestohlen gemeldet. Es kam aber sehr schnell raus, dass es sich hierbei um das Auto von Rico Harris handelt. Diese Mitteilung wurde an seine Mutter weitergeleitet. Es gab aber keine Spuren von Rico selber. Anschließend begann kurz danach eine große Suchaktion in der Umgebung des Cache Creek Canyon. Es wurde mit Helikoptern gesucht und auch mit Spezialfahrzeugen für diese raue Gegend. Es wurden Flugzeuge mit Wärmebildkameras eingesetzt und Rettungshundestaffel wurden ebenfalls integriert. Das Gebiet, das abgesucht worden ist, belief sich auf ein 8 Kilometer Radius rund um das gefundene Auto von Rico. Es wurden auch 43 Kilometer entlang der Route 16 entlang des Canyons abgesucht. Aber drei Tage nach der Suche wurde immer noch nichts gefunden. Es wurde anschließend eine Beschreibung von Rico Harris veröffentlicht in der Gegend. Und es gab tatsächlich Sichtungen, auch nach dem 10.10. Ein Passant an der Route 16 sagte, er hätte eine Person gesehen, auf die die Beschreibung von Rico passen würde. Und zwar um 5.30 Uhr am 11.10. entlang der Straße. Eine weitere Sichtung von einem Motorradfahrer ging ein. Er glaubte, er hätte Rico gesehen, als er auf einer Leitplanke saß und über den Canyon blickte. Das in der Nähe des Fundortes des Autos. Das Auto von Rico wurde anschließend abgeschleppt und untersucht. Es wurde festgestellt, dass das Benzin leer war, auch die Batterie war fast tot. Ermittler fanden im Auto Harris' Geldbeutel mit allen Kreditkarten, bis auf eine. Aber auch diese wurde bis heute nicht mehr benutzt. Das Handy und sein Führerschein fehlten, das hatte er anscheinend mit sich getragen. Sie fanden außerdem zwei Plastikflaschen. Eine war komplett voll und eine war leer. Beide rochen nach starkem Alkohol. Am 18.10., das heißt bereits acht Tage nach dem Verschwinden, gab es eine erneute Sichtung. Ein Zeuge sagte, er hätte einen Mann gesehen, auf die die Beschreibung und die Klamotten passte, die Rico an diesem Tag getragen hatte. Und zwar sah er ihn am Parkplatz des Autos, früh am Morgen. Am nächsten Tag fand man dort frische Fußspuren, passend zu den Sneakern von Rico Harris. Das heißt, wollte er zu seinem Auto zurückkehren, aber es wurde ja längst abgeschleppt. Später wurde auch sein Rucksack gefunden, und zwar am Straßenrand, 460 Meter entfernt von der Stelle, wo er den letzten Anruf getätigt hatte. Im Rucksack fand man sein Handy, das dazugehörige Ladegerät, und ein paar weitere Gegenstände, die nicht von großer Relevanz waren. Auf dem Handy waren Fotos vom Creek und Selfies. Auf einem Selfie sah man ihn, wie er vor dem Schild stand. Welcome to Yolo County. Es wurden auch Videos aufgenommen, die man aber, wo man vermutete, dass diese unabsichtlich aufgenommen worden sind. Auf dem Video sah man Harris in seinem Wagen, wie er zu lauter Musik sang und CDs durch den Wagen schmiss. Laut den Zeitstempeln der Videos lebte Harris noch, und zwar in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober. Da war er noch in seinem Auto, und es ging ihm einigermaßen gut. Die Suche nach Rico hörte nicht auf, sie ging weiter, aber es gingen keine weiteren Spuren ein. Er bleibt verschwunden bis zum heutigen Tag. Abschließend möchte ich noch ein Zitat wiedergeben, vom Yolo County, Sheriff Detective. Er sagte, Also er fragte sich, wie ein Mann mit seiner Größe und seiner Statur so einfach verschwinden kann. Er muss ja auch dreimal oder viermal am Tag essen. Und andere Menschen können einfach so verschwinden. Aber eine Person, die so stark auffällt von seiner Physis, verschwindet nicht so einfach. Das war das Video zum Fall von Rico Harris. Was glaubt ihr, was mit ihm passiert? Warum ist er verschwunden? Und wieso ist er bis heute nicht wieder aufgetaucht? Es wird hier, könnt ihr euch schon denken, auch einen zweiten Teil geben, mit den offenen Fragen und den möglichen Theorien zu diesem Fall. Wann dieses Video erscheinen wird, kann ich noch nicht genau sagen, aber ich werde euch rechtzeitig über das Community-Tab Bescheid geben. Ich hoffe, ihr fandet den Fall interessant und lasst mir gerne ein Like oder ein Abo dafür da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und vor allem bin ich auf eure Kommentare wie immer am allermeisten gespannt. Abschließend möchte ich mich noch bei euch bedanken. Der Kanal hat nun die tausend Abonnenten geknackt und wir sind sogar schon ein bisschen drüber mittlerweile. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Den Kanal gibt es jetzt seit drei Monaten, beziehungsweise vor drei Monaten habe ich das erste Video hochgeladen. Und die Entwicklung ist wirklich Wahnsinn seitdem auch, wie viele Kommentare ich bekomme und Anfragen zu neuen Fällen. Es ist echt der Wahnsinn. Und deswegen nochmal vielen Dank für alles, für euren Support und Unterstützung und auch für die neuen Fallverschläge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, habt eine gute Zeit und freut euch schon auf das nächste Video. Bis bald, hier bei Krimi Basel. Ciao.